hallo wie betrifft freunde zu der neuen ausgabe von we are football so wir machen mal den links boost für alle und gleich noch mal und gleich noch mal so dann wollen wir mal ein bisschen was tun in sachen fitness auch und auch die ist schloss aber nun machen sie über die tage hei 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 das tut weh weh hei 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 weh weh hei hei ja yeah get So, Erholung, Einwürfe, go. Mal gucken, das war ein ganzes Schlechtes in den beiden Spielen. So, er ist in dem Trage okay. So, ja, Flügelspielen, genau, das nächstes. Hier drin wegen, JT am Sonntag. Cool. Ah, das ist ein Problem. Ich muss Pause, okay? Das ist sieben Tage aus, vor allem, ich dachte, das ist ein, na brauer. Bleiben wir so. Warte, wir wechseln mal hier aus. Ja. Probieren wir was anderes hier. Go. Go. Keine Mann-Deckung. Hm. Ja. 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 Joann-Deckung. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir spielen mal das hier. Wir haben hier kein Meinbesitz. Wir legen kein Meinbesitz. Wir haben hier. 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 So, das ist ein besseres Mittelfeld. Okay, go. Oh, ja, 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 ja. So. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Foul. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, ja, ja. So. So. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, 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 ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. 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 Das passt. Cool. Ja. 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 Müssen wir was tun? Den kann ich. Nein, wir bleiben so. Was ist anders? Ich spiele so. Hello. Hello. Cool. Cool. It's a little shuffle, isn't it? I'm sorry. Die kommen einmal nach vorne, ne? Einmal. Wahnsinn. Ich versteh das nicht. Das ist mir ein Rätsel. Das ist mir ein Rätsel. Oh, yes. Ah, ich roste aus. Ja, hör doch auf. Hör auf. So steht das nicht. Wir sind im Mittelfeld total überlegen. Boah, Leute, 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 Leute. So steht ich nicht. So steht das nicht. Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ho, was ist denn hier los? Das war David Bowden, das war's Vielen Dank. Tja, das war's. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Wenn's euch gefallen hat, Daumen nach oben, wenn ihr wissen wollt, wie's weitergeht, die Reise mit FC den Bosch, dann natürlich ein Abo. Ja. Sollten wir ein Angebot als Trainer bekommen bei einem anderen interessanten Club, dann werden wir wechseln. Ich bin gespannt, wie's weitergeht. Also, bis zum nächsten Mal. Tschö.